Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe hier auf Serienhorizont und dieses Mal möchte ich mit euch über die Serie Alice in Borderlands sprechen. Diese ist eine Manga-Adaption und ist in dem Sinne auf Netflix veröffentlicht worden, ich glaube im Dezember letzten Jahres. Ich wusste nichts über die Serie, aber wenn man halt Manga hört bzw. in dem Fall ja auch später Anime ist natürlich immer ein bisschen speziell. Allerdings ist es keine Anime-Serie, sondern wirklich eine Realverfilmung und diese Serie hat mir irgendwie extrem zu denken gegeben, weil ich gedacht habe, sowas hast du in der Form so noch nicht zu Gesicht bekommen und daher kann man das vielleicht irgendwie etwas skeptisch betrachten, ich persönlich finde es aber eher positiver. Ich versuche in dem Sinne so wenig wie möglich zu spoilern und doch versuche ich vor allem darauf einzugehen, was mir besonders gefallen hat und was ich vielleicht etwas kritisch finde. Vorneweg, ich habe mir jetzt überlegt, dass ich die Bewertung, also die Note relativ früh schon sage, dann können die Leute ja in dem Sinne sofort entscheiden, ob sie sich das noch länger anhören wollen oder nicht. Meiner Meinung nach haben wir es hier mit ... ja ... also ich glaube, es gibt der Serie sowas wie eine ... 8,6, also eine 9 von 10. Die erste Staffel ist in dem Sinne jetzt vorbei und die Frage ist, gibt es eine zweite Staffel? Es sieht sehr stark danach aus, von daher denke ich mal, können wir davon ausgehen, dass die dann auch alsbald irgendwie starten wird. Wahrscheinlich auch in diesem Jahr. Wäre zumindest meine Vermutung. Ob es genauso kommt, ich weiß es nicht, aber ich könnte es mir gut vorstellen. Gut, Alice in Borderland. Und der Titel selbst, muss ich sagen, ist das, was ich am ehesten als schwierig erachte, weil ich ihn nicht wirklich verstanden habe. Natürlich, es gibt Hinweise, warum es letztlich in diese Richtung geht, aber er ist schon ein bisschen sehr abstrakt gehalten. Also, wenn man sich nur auf diesen Titel in dem Sinne konzentrieren würde, würde man denken, oh, guck mal da, hat hier irgendwas so wie mit Alice in ... also Alice in Wunderland in diese Richtung. Aber es ist schon etwas anderes. Gut, ich versuche jetzt erst einmal auf den Inhalt einzugehen, auch wenn ich nicht so viel dazu sagen möchte. Wir haben schon in den ersten, sag ich mal, zwei, drei, ja, sag mal, in den ersten fünf Minuten haben wir den Blick auf den eigentlichen Hauptprotagonisten. Hinterher gibt es eigentlich zwei Hauptprotagonisten, beziehungsweise eine Frau und eben ihn als Mann. Aber zu Beginn ist er in dem Sinne die Hauptfigur. Das Ganze spielt in Japan, ist eine, wie gesagt, japanische Serie. Ist ja eine Manga-Verfilmung, ist ja meistens Japan. Und wir befinden uns in Tokio. Der eigentliche Protagonist, der Arisu, der lebt so ein bisschen in den Tag hinein, der lässt es relativ locker angehen. Und vielleicht kann man vielleicht sogar festhalten, er nimmt sein eigentliches Leben und seine privilegierte Stellung eigentlich nicht wirklich wahr. Das heißt, man muss vielleicht einfach mal als Knallheit ausdrücken, er vergeudet sein Leben. Und das ist etwas, was ich später, wenn ich vom Inhalt wegkomme, nochmal besonders eben ansprechen möchte. Dieser Begriff, beziehungsweise die Bedeutung des eigentlichen Lebens und was es bedeutet, am Leben zu sein. Dass es eher ein Privileg ist, eher ein Geschenk und keine Pflicht, beziehungsweise in dieserlei Hinsicht, was die Serie anbelangt, eher keine Notwendigkeit, sagen wir es mal so. Und ja, er ist in dem Sinne auch so ein bisschen den Spielen verfallen, also er zockt ganz viel und es ist ihm eigentlich auch fast alles egal, was so letztlich ihm stattfindet. Das heißt, wie gesagt, er vergeudet ein bisschen sein Leben, er schmeißt ein, vielleicht sogar sein Leben ein bisschen weg. Dann hat er aber noch zwei gute Freunde und die kennen sich eben auch schon seit der Jugend und der andere ist ein bisschen, ja, mehr auf Krawall aus und so ein bisschen der Draufgänger. Und der dritte wiederum ist etwas ruhiger und kommt aus eher armen Verhältnissen. Und das ist das Krasse bei Arisu, der kommt nämlich eher aus wohlhabenden Verhältnissen. Also, gerade weil er eben eigentlich alle Ressourcen, alle Möglichkeiten eben letztlich parat hat, ist es ein bisschen traurig, dass er das eben alles so, ja, vielleicht sogar unterschätzt oder einfach nicht schätzen möchte. Und nun, ja, wie kann es auch anders sein? Sie treffen sich in dem Sinne und sie befinden sich eben in, ich glaube ich, Shibuya, so heißt, glaube ich, das Viertel in Tokio. Ja, das kennt man ja auch, die ganz großen Leinwände und so weiter. Einfach das, was halt, wenn man an Japan, an Tokio denkt, das bleibt einfach hängen. Und dann verstecken sie sich irgendwie vor der Polizei und als sie dann wieder rauskommen aus diesem Gebäude, sie haben sich eigentlich auf einer Toilette versteckt, da sind einfach alle, ja, also man kennt ja Tokio, man kennt diese ganzen Szenen und einfach alle Bürger sind weg. Es sind einfach alle Menschen weg und sie sind in dem, die letzten drei. Und auf einmal sind sie jetzt Teil eines Spiels und dieses Spiel ist ganz einfach gehalten, entweder du gewinnst oder du verlierst. Wenn du gewinnst, bist du am Leben oder bleibst du am Leben und darfst weiterhin an diesem Spiel, in dem sie teilnehmen, beziehungsweise musst du es eher gesagt. Und wenn du verlierst, ja, dann kann man vielleicht ganz knallhart so sagen, dann ist sowieso alles vorbei, weil du dann ermordet wirst. Du wirst einfach getötet. Heißt also, du musst immer wieder solche Aufgaben lösen, damit du am Leben bleibst. Das Problem ist nur, dass auch dies bedeutet, dass du damit auch das Leben anderer eben gefährdest, beziehungsweise teilweise denen oder deren Leben letztlich ihm auslöscht. Also sprich, denen das Leben entfernst, beziehungsweise entziehst und eben ihnen auch die Chance aufs Leben eben verwehrst. Narisu, man muss halt sagen, es gibt so eine Art, vielleicht nicht Twist, aber es gibt eine ganz wichtige Stelle in der Serie, die mich auch extrem fertig gemacht hat. Und Narisu hat eben genau jetzt diesen Moment. Ja, es passiert etwas ganz, ganz, ganz Dramatisches und er lernt auf einmal, dass das Leben einfach so wichtig erscheint und dass selbst wenn du dein eigenes Leben irgendwie als nicht wichtig genug, als vielleicht sogar unwichtig erachtest, dann solltest du zumindest dein Leben so schätzen, dass andere wiederum davon eben profitieren können. Und danach wiederum, nach dieser bestimmten Szene, die in gewisser Weise eine Veränderung eben darstellt, kommt es dazu, dass eben Narisu jetzt eine weitere, ja eigentlich die zweite wichtige Figur trifft, nämlich die, ähm, ich weiß den Namen schon wieder nicht, Ugazi oder Ugiza, irgendwas mit U, Ugazi, glaube ich. Ich habe den Namen ja vergessen. Ich finde auch, ehrlich gesagt, in solchen Serien die Namen nie immer so zentral. Das geht eigentlich immer ganz gut. Also es ist jetzt nicht so dramatisch, wenn man jetzt nicht genau weiß, ob die Ugazi heißt oder Ugiza oder Urisa oder wie auch immer. Auf jeden Fall die, die wichtige Frau. Und, ähm, was den Inhalt anbelangt, es gibt immer wieder Rückblenden und da wird eben auch viel erläutert. Das heißt, ich könnte jetzt theoretisch zu jeder wichtigen Figur eben so ein bisschen die Backstory erläutern. Das mache ich natürlich nicht, weil wir ja auch in die Spoiler-Ecke sonst abdriften würden. Aber wichtig ist, dass gerade diese Frau, ähm, dem Arisu, also dem eigentlichen Hauptprotagonisten, eben auch, äh, verdeutlichen kann, dass sein Leben eben dann doch wichtig erscheint. Und selbst wenn er das nicht so sieht, andere wiederum sehen es und er sollte es selbst in dem so anerkennen. Ein ganz, 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 ganz wichtiger Aspekt in dieser Serie, das muss man einfach so festhalten. Und, ähm, ja, nach dieser, ähm, ja, sehr wichtigen Situation, wenn man so möchte, kommt es zu einer, ähm, ebenfalls sehr, sehr, sehr zentralen, ähm, einem sehr zentralen Moment, und, ähm, dieser heißt eben letztlich, das muss man einfach so knallhart ausdrücken, dass diese Arisu zusammen mit eben dieser Frau, dass die, wie soll man das sagen, sie begeben sich in Richtung eines Ortes. Und dieser Ort wird deswegen so zentral sein, weil natürlich nicht nur die beiden oder die, die drei Freunde in diesem zu Beginn, ähm, Teilnehmer dieses Spiels sind. Es gibt eben ganz viele Teilnehmer. Und, ich weiß nicht, es ist, es ist in gewisser Weise ein Spoiler, aber es ist wichtig, um einfach nochmal den Inhalt nochmal sich vor Augen führen zu können. Deswegen möchte ich das explizit ansprechen, weil ich es auch nicht so dramatisch finde, dass man es immer zwar ist. Die begeben sich in dem Sinne in Richtung eines Ortes oder einer Region, wie auch immer, die heißt The Beach, also der Strand. Und dort ist eine Organisation entstanden, die heißt, ähm, also in dem Fall die Beach-Organisation. Und, ähm, hier geht es darum, dass jeder, der in dem Sinne an diesen, ähm, Spielen teilnimmt, der, ja, bekommt Karten. Ja, das sind wirklich so Art Spielkarten. Wir haben eben jetzt, ähm, so Karo oder Herzkarten und so weiter und so fort. Und, ähm, es geht darum, dass diese Organisation, zumindest sieht es so aus, der eigentliche Anführer dieser Organisation, der wird eben der Hutmacher genannt. Hier nochmal deswegen auch Alice in Borderland, ja, also diese Alice-Anspielung, ist hier ganz, ganz zentral. der in dem Sinne sagt jetzt den Leuten, also den Teilnehmern, die jetzt eben Teil dieses Beaches oder der Organisation sein wollen, Leute, wenn wir uns in dem Sinne zusammen, als, ähm, ja, Gruppe in dem Sinne, diesen, ähm, Aufgaben und diesen, sehr schwierigen, menschenverachtenden Spielen in dem Sinne, wenn wir uns da eben als Gruppe dem Ganzen stellen, dann werden wir es ermöglichen, dass eine Person am Ende diesem Spiel in dem Sinne entrinnen kann und letztlich wieder, ja, diese Art Parallelwelt irgendwie dann doch entfliegen kann. Das heißt, das Ganze hat einen bestimmten Zweck und dieser Zweck sieht eben so aus, dass dann zumindest ein, ein einziger, der, ja, der Glückliche oder die Glückliche letztlich, dass alle in dem Sinne für genau diese eine Person eben darauf hinarbeiten, wobei natürlich keiner weiß, wer letztlich diese Person sein wird. Und ab diesem Moment, und das ist einfach wichtig, das muss man hier einfach so ansprechen, das ist mir persönlich ganz, ganz, ganz wichtig, ähm, ab diesem Moment, das möchte ich schon so sagen, ähm, also ab diesem Beach ändert sich diese Serie schon zentral. Und das ist wiederum wichtig, um auch so ein bisschen die Kritik, ähm, zu verstehen, die ich hier anbringen möchte. Denn meiner Meinung nach ist das eher, ähm, etwas, ja, nichts, nichts Schlechtes, aber, ich weiß nicht, ich finde es, das werde ich auch gleich dann abseits vom Inhalt ansprechen, ich habe das Gefühl, dass es, ähm, nicht unbedingt wohltuend ist, dass genau in dem Sinne dann so ein bisschen sich der Inhalt eben verändert hat. Und ich glaube, ähm, dass wir einfach festhalten müssen letztlich, dass, ähm, ja, dass diese Story dann ein bisschen abnimmt. Aber das, ähm, dann im späten Verlauf, wenn ich ein bisschen über die Stärken und die Schwächen eben der Serie rede. Aber das ist wichtig, alles andere ist nicht zentral. Es hat, äh, zwei Protagonisten letztlich, und die, ähm, nehmen an diesem Spiel teil. Und dieses, ähm, Spiel bedeutet eben immer sterben oder am Leben bleiben. Und auch wenn du noch so vielleicht sogar ein bisschen, ähm, Selbstmord, ja, dem Selbstmord sich jetzt, oder wenn du selbst denkst, dass dir Selbstmord vielleicht sogar der Ausweg für eine solche Situation darstellen könnte, so wird ein bisschen eben auch, ähm, was den Inhalt anbelangt, wird eben vermittelt, so nach dem Motto, egal, ob du jetzt da für dein eigenes Leben eben bist oder nicht, die anderen wiederum, die anderen haben es verdient. Und du solltest eben genau an diese denken und es gleich nicht, ähm, unterschätzen, sondern du solltest gleich eher genau das eben im Auge behalten. Ja? Gut. Das war's dazu, das war der Inhalt. Jetzt kommen wir mal zu der, zu den eigentlichen Stärken der Serie und vielleicht sogar zu den Schwächen. Beziehungsweise nein, wir kommen erstmal zu den Schwächen, zu der Schwäche der Serie. Ich finde, die Serie hat einen ganz, ganz großen Schwachpunkt. Und dieser ist genau das, was ich angesprochen habe, nämlich, wenn es zu diesem einen Moment kommt und wenn in Richtung Beach jetzt das Ganze sie entwickelt. Ich hatte das Gefühl, dass ab diesem Moment die Serie nicht abnimmt an Stärke, aber sie verändert sich. Und dieses Gefühl irgendwie, dass wir sind nur zu drei Personen und wir sind auf uns gestellt und so gut wie kein anderer irgendwie, ähm, ja, hat damit was zu tun. Das ist auf einmal weg. Und das hat mich sehr, sehr gestört. Weil ich persönlich denke, dass die Stärke der Serie in dieser Einsamkeit und in dieser Hoffnungslosigkeit liegt. Und das wird hier extrem gut geschildert. In Form von Rückblenden, in Form von Flashbacks, dass man eben sieht, was für eine besondere, ähm, Eigenschaft hier jeder der, ähm, wichtiger Protagonisten, der wichtigen Protagonisten letztlich eben, welche Eigenschaften, Eigenschaften jeder eben mit sich bringt. Aber vor allem eben auch, wie emotional das Ganze eben auch aufwühlend ist. Und auf einmal hatte ich das Gefühl, naja, jetzt ist die Serie eben nicht mehr so, wie sie eben vorher war. Und das fand ich irgendwie, ich finde das irgendwie deplatziert. Ich weiß noch nicht genau, woran ich das festmache, aber ich fand das irgendwie störend. Ich verstehe, warum der, ähm, die Story in diese Richtung geht. Und die Story dann ist auch wirklich, wirklich stark. Aber dieser abrupte Wechsel, der hat mir irgendwie ein bisschen, das Ganze ein bisschen, ähm, ja, weniger schön letztlich bereitet. Aber dieser Wechsel ist eben sehr, sehr wichtig, um einfach zu verstehen, ähm, warum eben diese Organisation letztlich eben auch so wichtig für die gesamte, den gesamten Inhalt eben letztlich ist. Also diese Beach-Geschichte ist einfach sehr, sehr zentral. Und doch muss ich sagen, dass ich gerade den Anfang, als wir einfach überhaupt, oder als du als Zuschauer einfach überhaupt nicht wusstest, worum es letztlich geht, genau das hat mich mehr abgeholt. Ich habe gemerkt, dass nach, ähm, diesem Wechsel, wenn man so möchte, ich mich weniger auf die Serie letztlich konzentriert habe. Interessanterweise muss ich hier festhalten, und kurz ansprechen, dass ich, ähm, während so der ersten drei, vier Folgen, oder ich glaube, der ersten drei Folgen, habe ich die Serie so ein bisschen im Hintergrund laufen lassen. Ich habe nebenbei ein bisschen, ähm, ein paar Sachen erledigt, und hatte es auf dem iPad laufen, und hatte schön, ähm, die AirPods so in den Ohren, und hatte ein super gutes Sounddesign, und da komme ich gleich noch drauf zu sprechen, was einfach die Stärken der Serie anbelangt. Und obwohl ja ich nicht so dahin geguckt habe, war ich ergriffener und irgendwie mehr dabei als später, als ich dann eigentlich fast nur noch die Serie selbst geschaut habe und nichts mehr nebenbei gemacht habe. Und das ist so ein Ding, das kann man irgendwie als positiv erachten, ähm, aber ich finde es halt schwierig. Ich finde halt dann, wenn du eigentlich der Serie, die dich, ja, du der, der Serie irgendwie eine komplette Chance gibst, der Serie, in dem sie dich verpflichtet fühlst, und wirklich dann auch vielleicht nicht aufs Handy schaust und nichts anderes machst, gerade dann sollte ja eben diese Sogwirkung umso stärker wirken. Also du solltest irgendwie dich mehr Teil der Serie fühlen. Und bei mir war es halt so, ab dem Zeitpunkt habe ich mich weniger Teil der Serie gefühlt, was irgendwie total merkwürdig ist. Aber das würde ich halt schon sagen, ist in gewisser Weise eine Schwäche. Weil du, weil das Pacing einen, einen Wandel durchläuft, der mir persönlich nicht zusagt. Natürlich kann man sagen, das ist bei jedem anders. Also jeder mag das vielleicht auch ganz anders, vielleicht auch wahrnehmen können. Das ist, das kann man so pauschal nicht sagen. Aber ich kann ja letztlich auch nur über meine Gefühlslage oder auch meine Meinung oder beziehungsweise meine Gedanken eben hier berichten. Mir ist halt immer ganz wichtig, dass ich hier einfach auch mit offenen Karten spiele. Ich glaube, dass wenn dieser Twist oder wie auch immer man das letztlich beschreiben möchte, wenn der erst später der Fall gewesen wäre, ich glaube, das hätte mir persönlich mehr Spaß bereit. Ich glaube, da hätte ich der Serie irgendwie, ja, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber ich glaube, ich hätte mich der Serie irgendwie noch mehr zugehörig gefühlt. Aber so war das irgendwie dann auf einmal anders. Und ich weiß auch nicht genau, woran ich das festmache, aber letztlich habe ich das eben genau so gefühlt. Aber okay. Also man kann sagen, es ist eine Schwäche, man kann sagen, es ist eine Stärke vielleicht. Vielleicht sieht jemand anders das als Stärke an, weil eben Pacing bedeutet, dass wenn sich das Pacing auf einmal ändert, dass du halt Überraschung und so eine Art irgendwie Freudigkeitsmoment eben hast, ist an sich wirklich nicht so einfach zu beschreiben, das Ganze. Ich bin da ein bisschen vorsichtig, ehrlich gesagt, aber ich bin der Meinung, dass genau das eben extrem wichtig erscheint. Wirklich extrem wichtig. Da bin ich wirklich jemand, der sagt, ich hätte es lieber anders gehabt. Ich hätte lieber das Pacing so gehabt, wie am Anfang. Aber nein, war eben nicht so. und muss man letztlich einfach so hinnehmen. Ist auch nichts Dramatisches, stört mich auch nicht wirklich, aber ja, so war es nun mal letztlich. Und so hat es sich letztlich angefühlt. Gut, wenn man sagen möchte, das ist eine Schwäche, dann muss man trotzdem sagen, nicht für jeden ist es eine Schwäche, von daher ist es etwas, womit man, glaube ich, ganz gut leben kann. Das, glaube ich, kann man hier gut festhalten. Und von daher bin ich der Meinung, und zwar ganz klar bin ich hier der Meinung, dass die Stärken bei der Serie definitiv überwiegen. Ich finde, dass der Inhalt schon sehr, sehr spannend ist und dass es wirklich Momente gibt, die mich sehr auch interessiert eben letztlich an den Bildschirmen oder in dem Fall eben ans iPad irgendwie gebracht haben. Also es war nicht so, dass ich gedacht habe, oh, das ist irgendwie lame und so weiter. Weil ich meine, gerade bei so einer Manga-Verfilmung kann das halt, also Realverfilmung einer Manga-Version kann das schnell mal irgendwie so aufkommen. Du kannst schnell mal so denken, oh, oh, das wirkt aber gerade nicht so wirklich spannend. Aber ich fand eher, dass es, es hat irgendwie alles Sinn gemacht. Ich fand es vor allem auch die Darsteller wirklich sehr, sehr gut. Ich musste immer wieder darüber nachdenken und war auch ein bisschen davon überzeugt, dass das hier auch einfach gut gespielt ist. Ja, also es wirkt natürlich immer ein bisschen platt und ein bisschen drüber, aber das ist natürlich auch einfach diese asiatische Idee dahinter. Also, ich finde, das kann man mit westlichen Serien oder so schlecht vergleichen. Das ist manchmal einfach ein bisschen drüber. Aber genau das gehört eben dazu und von daher sollte man dies eben auch nicht so wirklich als Kritik erachten, sondern eher als, ja, vielleicht irgendwie als eine, eine Eigenschaft eben von asiatischen Serien. Etwas, was vielleicht eher positiver Natur ist und eher weniger als Kritik vielleicht erachtet werden sollte. Ich bin ein bisschen gespannt, wie das andere wiederum wahrnehmen. Ich bin hier super gespannt. Ich hoffe, ihr schreibt es auch in die Comments oder wenn ihr es auf Spotify oder iTunes hört und ihr lasst mir es irgendwie, ihr lasst mir es irgendwie, ja, könnt mir jetzt irgendwie mitteilen. Ich finde das wirklich super spannend, ob ich das vielleicht einfach hier anders sehe, anders denke und letztlich eben auch einfach anders wahrnehme. Das kann gut sein. Da bin ich ganz offen und ganz ehrlich. Aber ich glaube einfach, dass das wirklich gut geschauspielert ist und wenn man mit dem asiatischen Kino oder dem asiatischen Serien Design eben sowieso ganz gut klarkommt, dann glaube ich, ich würde die meisten hier vielleicht echt genau das sagen, es ist ganz ordentlich geschauspielert. Also gerade Ariso, der Schauspieler von dem hat mir sehr gut gefallen und von der Hauptdarstellerin, ich weiß echt den Namen gerade nicht, es tut mir leid, es ist auch nicht wirklich so zentral, die hat das auch gut gemacht. Von daher, ja, ich bin da sehr zufrieden, was das anbelangt und nun kommen wir zu dem nächsten Aspekt, den ich sehr stark finde, also man kann sagen, eine Stärke ist, ich habe ja erst die Schwäche angesprochen, das war eben genau dieses Pacing und ja, dass ich mich dann nicht mehr so der Serie zugehörig gefühlt habe, aber die Stärke ist eben ganz klar die erste, ja, das Schauspiel. Ich finde auch, dass zweitens das Drehbuch wirklich gut ist, jetzt kann man sagen, es ist eine Manga-Verfilmung von daher Drehbuch ist hier auch wieder ein bisschen sogar falsch zu sehen. Ich glaube, dass sie einfach hier relativ sich sehr an dem Manga wahrscheinlich orientieren, das heißt, das meiste ist wahrscheinlich relativ eine 1 zu 1 Umsetzung, könnte ich mir persönlich vorstellen und trotzdem ist es halt gut gespielt und auch gut geschrieben, weil ich finde es halt immer schwierig, wenn es eine Art Verfilmung ist, zu sagen irgendwie, ja, das ist ja kein wirkliches Drehbuch. Ich finde schon, dass es hier ein ganz klares Drehbuch ist, denn gerade die Dialoge, die werden ja vielleicht nicht 1 zu 1 eben genauso umgesetzt und ich fand die sehr, sehr, sehr stark und das wird gleich noch ein zentraler Aspekt, vielleicht sogar der zentralste Aspekt, was die Stärken anbelangt der Serie, da komme ich dann gleich noch drauf zu sprechen. Ich finde gerade, dass die Dialoge hier eine richtig gute Figur machen, also ich habe mich nie wirklich so gefühlt, dass ich gedacht habe, das sind halt so Dialoge oder einfach so Aussagen, die hier getätigt werden, die einfach so als Platitüde vielleicht angesehen werden können, als irgendwie 0815, man sagt einfach irgendwie was, egal ob das Sinn, also Sinn macht im Hinblick auf die eigentliche Geschichte oder nicht. Von daher, ich bin da ein bisschen skeptisch, bin ich ehrlich, was so ein bisschen viele, ja, was die Meinung vieler Leute anbelangt. Ich glaube, dass das nicht jeder so sieht. Aber ich persönlich bin der Meinung, dass die Dialoge ja teilweise wirklich ordentlich sind. Es gab auch echt ein paar Dialoge, die haben mir sehr, sehr zugesetzt, weil ich gedacht habe, alter Schwede, ja, da habt ihr recht, das sehe ich ähnlich und ich würde es genauso fühlen. Das ist einfach, ob man jetzt sagt, das ist gut umgesetzt, ob man sagt, das ist gut geschrieben. Ich weiß nicht ganz genau, aber ich bin der Meinung, dass es auf jeden Fall eher positiv zu erachten ist und von daher würde ich sagen, neben dem Schauspiel sind auf jeden Fall die Dialoge, sag mal einfach das Drehbuch oder die Drehbücher, das ist einfach gut geschrieben. Da bin ich irgendwie, das ist meine Meinung, definitiv. Die nächste große Stärke der Serie ist meiner Meinung nach das Sounddesign. Ich habe ja gesagt, dass ich halt, das immer eigentlich, ja, ich habe es eigentlich immer über die AirPods laufen gehabt, also sprich über die, über die AirPods Pro und man muss einfach sagen, dass die wirklich, wenn man es über das iPad schaut, es ist bei Apple TV Plus noch stärker, weil es da in dem Sinne ja darauf hinausläuft eigentlich, aber es ist ein unglaublich gutes Sounddesign in dieser Serie, also wirklich ein so starkes Sounddesign. Wir fangen mal an, wenn ich über Sounddesign spreche, meine ich halt meistens so Effekte und ein gutes Beispiel ist für mich einfach, wenn es zu kämpfen kommt und einer schlägt mit der Faust zu und das ist nicht so, so nach dem Motto, ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, so ungefähr, ja, also würde ich mit der Faust jemanden irgendwie im Gesicht treffen, sondern es ist eher so, so in die Richtung. Also es ist halt wirklich, du merkst halt jeden Schlag, du merkst halt jede, gerade irgendwie, wenn es hinterher zu kämpfen und so kommt, jede Masche hat Situation, Szene, wie auch immer. Das ist halt einfach richtig, richtig, es wirkt real, es wirkt einfach so, wie soll man es sagen, es wirkt sehr, sehr stark und sehr echt und einfach auch damit hat es einfach eine Wucht. Darüber hinaus, neben den Effekten und neben, ja, so ein bisschen eben auch der Atmosphäre, die eben hier über die, über die, vielleicht sogar auch über die, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, Sounddesign ist halt immer schwierig, das ist für mich immer ein bisschen schwierig zu greifen und vor allem schwierig zu erklären, aber wenn ich sage, dass halt, sag ich mal so, Kampfszenen einfach aufgrund eben dieser sehr guten Sounduntermalung eben sehr, sehr stark wirken, dann ist es teilweise eben auch so bei den Dialogen. Jetzt kann man sagen, ja, aber Dialoge, die laufen doch eher über die Worte. Ja, aber es geht ja auch darum, wie es halt gesagt wird, was für eine Tonlage und da ist auch extrem, finde ich, drauf geachtet worden. Das heißt, manchmal flüstern die und manchmal werden sie laut und manchmal reden sie ganz schnell und dann wiederum ganz leise und trotzdem, du als Zuschauer fühlst dich irgendwie immer Teil des Ganzen und das finde ich persönlich eine unglaubliche Stärke dieser Serie. Und vor allem, was das anbelangt, was hier eben den Sound anbelangt, sind halt diese Musikstücke. Es gibt halt allein die Musik des Intros, finde ich so, so gut. Das ist so, so stark einfach umgesetzt und es gibt viele Serien, die gerade, was das Sounddesign anbelangt oder auch, ich sag mal einfach, die Musik, die Untermalung, die musikalische Untermalung des Ganzen, hier ist vielleicht sogar eher ein bisschen weniger, weniger wichtig erachten und einfach da weniger vielleicht sogar drauf schauen. Ich finde gerade hier, bei der Serie ist das Sounddesign, also wie laut die Menschen sprechen oder die Person, wie gut die musikalische Untermalung ist, wie gut einfach die Musik des Intros ist. Vieles hier hat mich extrem, ich hab gedacht, Alter, das ist so stark gerade. Ich wollte einfach nur am liebsten noch mehr von dieser Welt mitbekommen. Und diese Welt, da komm ich gleich noch drauf zu sprechen, ist eine weitere Stärke, nämlich das Worldbuilding, das Worldbuilding, aber das liegt eher dann ja am Manga selbst, das kann man ja der Serie, schlecht irgendwie zugute heißen, aber okay, gewisserweise vielleicht schon. Aber neben dieser Atmosphäre eben eher über das Visuelle ist gerade eben das Audi, ja, also neben dem Audi-Visuellen, also der Verbindung aus dem, ja, sagen wir mal, dem Audio-Design und letztlich dem dem visuellen Design, also wenn man halt sagt, irgendwie beides ist halt wichtig, würde ich hier definitiv zustimmen, aber ich hab das Gefühl, dass in der Serie fast das Audio-Design, also sprich das Sound-Design, fast wichtiger ist, als das Visuelle. Das heißt, ich hab manchmal mehr darauf geschaut, inwieweit jetzt durch diese, sag ich mal, musikalische Untermalung, inwieweit das jetzt irgendwie von, für mich Interesse ist, und hab weniger darauf geschaut, naja, sieht das jetzt wirklich so geil aus, zum Beispiel eben die Gebäude. Das fand ich nicht so zentral, bin ich ganz ehrlich, aber diese, ähm, die musikalische Untermalung und letztlich eben, ja, dieses Sound-Design, das war für mich einfach sehr, sehr, sehr stark. Also, das muss man einfach hier festhalten. Das möchte ich hier definitiv ansprechen, ist vielleicht sogar eine der absoluten größten Stärken, abseits eben von Dialogen und abseits vom Naja, vielleicht gehört auch abseits von, ähm, von der eigentlichen Handlung. Und nun kommen wir jetzt aber zu einer weiteren Stärke, die ich hier absolut hier eben ansprechen möchte, das ist World Building. Ich sag ja gerade, es ist halt schwierig zu sagen, dass der Serie in dem Sinne halt anzulasten, in dem Fall positiv. Das liegt natürlich am Manga. Der Manga, ich kenn ihn halt nicht, aber der wird wahrscheinlich so geschrieben sein oder designed worden sein, dass hier einfach eine sehr, sehr interessante Welt, also eine andere Parallelwelt hier eben aufgebaut worden ist. Aber ich finde sie in einfach, in dem, was sie eben beinhaltet, finde ich sie so, so gut, weil sie einfach so unglaublich auf Hoffnungslosigkeit, auf, auf Stärke, also wirklich Stärke, also sprich, die Menschen müssen stark bleiben in allem, was sie tun. Sie dürfen nicht zu schwach werden, weil dann haben sie sowieso keine Chance. Wenn du dich psychisch nicht in der Lage fühlst, diese Spiele eben, ja, zu bestreiten, dann ist sowieso alles vorbei. Weil, auch wenn du vielleicht sogar physisch das irgendwie bestehen kannst, aber letztlich wird das, das Psychische, also sprich, eher die, deine Gedankenwelt wird dich irgendwann so kaputt machen, dass du dann irgendwie sowieso zugrunde gehst. und das ist halt super interessant, wenn man sich das anschaut, wie hier einfach so eine Welt hier aufgebaut worden ist. Dieses Tokio habe ich noch nie so leer und so bedrohend oder ja, also eine, solch eine Bedrohung wahrgenommen wie in diesem Manga oder in dieser Serie besser gesagt. Also Tokio, gerade wenn eben Tokio, man kennt ja diese Bilder aus Tokio, diese tausenden Menschen, gefühlt Millionen von Menschen, die in in diesem, auf so einem, ja, vielleicht sogar auf wenigen Quadratmetern letztlich leben. Ja, Millionen natürlich nicht, aber ihr wisst, was ich meine, einfach so viele Menschen und wenn auf einmal von so vielen Menschen keiner irgendwie vorhanden ist, wenn einfach alle weg sind, wenn du dich wie in einer Art apokalyptischen Welt eben fühlst, finde ich das halt so, wirklich so, so, so mega stark, bin ich ehrlich. Das hat mich extrem abgeholt. Also das World Building, also wie die Welt aufgebaut worden ist und wie es letztlich eben auch, wie, wie drastisch es auch alles wirkt, finde ich einfach sehr, sehr, sehr gut und wirklich sehr, sehr von Vorteil, da bin ich ehrlich. Von daher, auch das ist eine Stärke der Serie und jetzt komme ich zu der letzten Stärke der Serie, die ich als unglaublich zentral erachte, nämlich, das ist eigentlich die Stärke des Mangas, muss man sagen, denn hier muss man ja eher über den Inhalt sprechen, aber Inhalt ist ja einfach so, sag ich mal, nicht die, ich, wenn ich über Inhalt spreche, meine ich jetzt nicht die Handlung. Das ist halt, finde ich eher falsch, denn die Handlung, da geht es ja letztlich darum irgendwie, was die, ähm, Figuren hier machen, ja, also ob die sich bekämpfen oder ob die miteinander reden, ob es hier zu einem Story-Twist kommt, wie auch immer. Für mich ist die Stärke dieser Serie die Botschaft, die Message, das, was dahinter steckt. Ähm, ich bleibe hierbei bis zum Horizont, also wieder in einer Kurz-Review, aber die Serie in dem Sinne besitzt ein Potenzial auch für eine Meta-Analyse. Natürlich ist es nicht die Serie selbst, sondern es ist halt der Manga. Ich finde es halt immer schwierig, es ist halt, auf der Seite, ich kenne den Manga ja nicht, von daher, ich sage jetzt einfach mal ein bisschen stumpf gesagt, die Stärke, die größte Stärke der Serie ist die Message. Und da möchte ich kurz drauf zu sprechen kommen, ich weiß, dass das Video jetzt schon ziemlich lang geht, beziehungsweise diese Besprechung, aber das ist mir wirklich sehr, sehr wichtig, weil ich diesen Punkt als eigentlich mit am zentralsten überhaupt erachte, nämlich die Bedeutung, was bedeutet Leben und was ist in dem Sinne für dich entscheidend, was dein Leben anbelangt. Möchtest du einfach nur Spaß haben im Leben, möchtest du in dem Sinne eine ruhige Kugel schieben oder möchtest du für andere da sein, möchtest du auf Erfolg aus sein, möchtest du, um diesen Erfolg zu erreichen, vielleicht sogar das Leben anderer verschlechtern, vielleicht sogar gezielt zerstören, was in dem Sinne ist dein eigentliches Ziel im Leben. Man spricht ja oft davon irgendwie, wenn es darum geht, irgendwie, ja, ich, ähm, also es gibt ja oft Menschen, die alles haben in ihrem Leben, aber auf einmal so wirklich einen Cut machen und sagen, ab jetzt möchte ich eher den Sinn des Lebens rausfinden. Und der Sinn des Lebens ist ja immer so etwas, was so hochtrabend sich anhört und das, also, sind wir ehrlich schon fast so unglaublich abstrakt. Aber in dieser Serie ist das relativ einfach gehalten, nämlich wie das Alpha und das Omega. Das Alpha bedeutet, das ist der Anfang des Lebens, ja, also es ist die Geburt. Und das Omega, gerade eben in christlicher Hinsicht, ist eben immer der Tod. Und Alpha und Omega stehen in dieser Serie eben ganz klar gegeneinander. Das heißt, du kannst, wenn du so möchtest, kannst du dich immer wieder neu erzeugen. Was meine ich damit? Naja, nach jeder einzelnen Aufgabe steht es ja den Protagonisten, beziehungsweise in dem Fall den Spielteilnehmern, denen steht es ja frei, ob sie eben weiterhin eben teilnehmen. Sie können ja letztlich sagen, nee, aber dann werden sie eben sterben. Sie sagen einfach, ich nehme nicht mehr daran teil und dann sterben sie. Das heißt, sie werden ja dazu gezwungen, an diesem Spiel teilzunehmen. Und der gesamte Plot erinnert mich extrem an diese sehr, sehr schlechte, wie ich finde, aber sagen wir mal in den ersten zwei Folgen oder den ersten zwei Episoden an die wirklich sehr, sehr interessante Storyline, wenn man jetzt von diesen ganzen Splatter und so mal absieht, nämlich von Saw. Wenn ihr euch erinnert, Saw ist ja letztlich eigentlich eine Horror, ein Horror Franchise über einen entscheidenden Aspekt, nämlich möchtest du alles dafür tun, am Leben zu bleiben und was nimmst du dafür in Kauf? Das heißt, nimmst du jeglichen Schmerz in Kauf? Ja, es gibt ja wirklich sehr, sehr drastische und ganz, ganz harte Szenen, da verstümmeln sich die Menschen ja teilweise, um irgendwie diese Aufgaben zu erfüllen und am Leben zu bleiben und sie ja, vernichten teilweise eben das Leben anderer Menschen und die Frage ist halt, die hier oft bei Saw gestellt wird nach dem Motto hast du es überhaupt verdient weiterzuleben? Wenn du dein ganzes Leben in dem weggeschmissen hast, dieser Arisu, dem ist es ja alles egal, der ist eigentlich nur auf Gaming aus und auf Zocken aus und dem ist egal, ob er erfolgreich ist, ob er irgendwie seinen Job verliert, das ist ihm alles egal und der hat eben auch diese Ressourcen und diesen Hintergrund, dass er eigentlich genau dies eben auch umsetzen kann. Ja, also er weiß eben, ja, so wirklich schlecht kann es ihm halt nicht gehen, denn die Familie hat eben Geld und so weiter und so fort und selbst wenn der Vater halt nicht auf ihn stolz ist, ja, so what? Er lebt halt sein Leben so, wie er es so richtig hält und am liebsten macht er halt Party und, ähm, ja, nimmt das Ganze was eben dann so war und so wie es bei Saw eben auch ist, da wird dir auch dann die Frage gestellt, ja, du hast doch dein Leben eigentlich eh weggeworfen, warum solltest du eigentlich überhaupt jetzt weiterleben wollen, warum soll ich dir in dem Sinne jetzt überhaupt dabei helfen, dass du es verdient hast, am Leben zu bleiben, wirklich diese Frage des Sinns im Leben, das ist hier zentral und das ist das, was ich am stärksten, wirklich von allen Stärken, was die Serie anbelangt, mit Abstand am besten finde, nämlich die Frage, ich hab's ja schon ein bisschen angeteasert, und zu spoilern, dass als der Arisu auf einmal merkt, oh, selbst wenn, selbst wenn er selbst sein Leben irgendwie als nicht wichtig genug erachtet, aber andere wiederum haben dafür, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, andere haben auf jeden Fall einen ganz wichtigen Anteil daran, dass er dieses Leben weiterführen kann, dass er weiterhin an diesem Spiel teilnehmen kann, und denen fühlt er sich jetzt verpflichtet, denen, in dem Sinne, möchte er letztlich eben, ähm, jegliche Situation eben schenken, das heißt, er denkt nicht mehr überhaupt über sein Leben nach, er sieht sein Leben eher als die Verpflichtung anderer Menschen gegenüber, das heißt, auch wenn er selbst sagt, ja, ich könnte ja notfalls irgendwie auch draufgehen, weil, ja, so wichtig ist mir das gerade nicht, aber die anderen nehmen es so wahr, die anderen haben es ihm letztlich auch so beigebracht, natürlich braucht man ja auch keinen, ich meine, da brauchst du kein Hellseher sein, wenn ich von den anderen spreche, dann meine ich natürlich die Protagonistin, aber ganz besonders natürlich seine Freunde, wir haben ihm schon vor diesem eigentlichen, ja, Spiel auf Leben und Tod immer wieder eben auch gesagt, Arisu, lebe dein Leben und lebe es richtig und nehme es wahr und vor allem verstehe, was es bedeutet, ein solches Privileg haben zu dürfen, es gibt viele Menschen, die genau so etwas eben nicht besitzen, von daher bitte verstehe, was es bedeutet, am Leben zu sein, was es bedeutet, mehr zu haben, als am Leben zu sein, es gibt ja oft diesen Ausdruck irgendwie, wie war es nochmal, fürs Leben zu, nee genau, fürs Sterben zu viel, fürs Leben zu wenig so ungefähr und das trifft ihr halt ganz gut zu, das trifft ihr extrem gut eigentlich zu, denn die Serie spricht ja davon, am Leben zu bleiben, es geht ja darum, die Menschen wollen am Leben bleiben, aber am Leben bleiben bedeutet ja letztlich einfach nur sowas wie, was soll man sagen, ist ja eigentlich nur was physisches, aber das Leben zu leben ist ja eher etwas Emotionales, etwas, was mit deiner Gedankenwelt, mit deinem Mindset und einfach auch, ja auch mit deinem Verständnis vom Leben eben zusammenhängt, da geht es ja eher in Richtung Ethik, eher in Richtung Moral, vielleicht sogar eher in Richtung Philosophie, philosophische Ansätze und so weiter und so fort und in so einer drastischen Art und Weise habe ich mich noch nie mit einem solchen Thema befasst und das ist für mich das, was die Serie mir am meisten eben gebracht hat, dass ich darüber nachdenke, okay, stell dir mal vor, du wärst eben jetzt genau in dieser Arisu-Situation und deine besten Freunde hätten dir gesagt, Tobi, du musst weiterleben, egal wie, verstehe endlich, was es bedeutet, am Leben zu bleiben, bitte, nimm es endlich wahr und stell dich letztlich auch dieser Herausforderung, denn man darf nicht vergessen, dass es oft, und das ist gerade in einer Serie wie eben, wie heißt sie wieder, ach Gott, jetzt hält es mich auch auf auf Netflix, Afterlife, genau, mit Ricky Gervais, genau dort geht es ja auch ein bisschen oder in dieser Serie geht es auch um diese Frage, er sagt ja oft irgendwie, nachdem er seine Frau an Krebs eben verloren hat und einfach überhaupt keinen Sinn mehr und überhaupt keine Lust mehr aufs Leben hat, er sagt, meine größte Stärke ist die Möglichkeit, mich umzubringen, das ist meine Superheldenkraft, wenn man so möchte und diese Serie ist so unglaublich direkt in ihrer Art und Weise, wie sie es eben präsentiert und in gewisser Weise macht es Alice in Borderland ähnlich, denn so drastisch und so direkt und so in your fucking face, ich sag's ja immer wieder, ich weiß, das hört sich ein bisschen, kam ein bisschen schon heftig an, aber ich möchte es wirklich so ausdrücklich und so mit voller Leidenschaft und voller Überzeugung eben euch nochmal mitteilen, in your face, also noch direkter, noch, also noch weniger subtil kann es nicht mehr werden, die Serie macht ganz klar und unmissverständlich eigentlich eines, ja schon fast so eine Art Realität, nämlich, dass die meisten, die an diesem Spiel teilnehmen, es eigentlich nicht wollen, sich gedrängt fühlen, ja, sie müssen es tun, um im Leben zu bleiben, aber je mehr Spiele sie in dem Sinne bestreiten, je mehr Situationen sie erleben und vor allem, je mehr Menschen sie kennenlernen und auch das Leben anderer Menschen auch wertschätzen, desto mehr verstehen sie auch, dass ein bloßes ich nehme mir das Leben und ich begehe Selbstmord nicht die Lösung sein kann, heißt also, je länger das Spiel läuft, desto wichtiger, desto bedeutsamer und desto fast schon ähm, monumentaler wird der Begriff, was bedeutet Leben, nicht was bedeutet, am Leben zu sein, sondern was bedeutet, das eigene Leben fortzuführen, mit anderen Menschen, nicht allein zu sein, sondern mit anderen Menschen ein Leben zu führen, und das ist so zentral und das ist so drastisch und es gibt so viele Menschen, die in dieser Serie sterben, auf brutalste Art und Weise, die Serie ist sehr, sehr, sehr brutal und dass sie ab 16 freigegeben worden ist, finde ich immer noch ein bisschen krass, ehrlich gesagt, es gibt 10, habe ich gedacht, irgendwie, das ist doch eher 18, also 16 ist es doch eigentlich nicht, aber okay und das finde ich so, so bedeutsam an der Serie und das ist der Grund, warum ich halt sage, es ist eine 8,6 und keine 8,4, warum es eher eine 9 ist und keine 8, ich kenne den Manga nicht und wenn der Manga vielleicht sogar hier noch drastischer ist und das Ganze vielleicht sogar noch sinnvoller irgendwie rüberbringt, dann bin ich da sehr, sehr erfreut drüber, aber eines muss ich und möchte ich definitiv hier ähm, definitiv festhalten, das ist mir ganz, ganz wichtig, und ich beschließe aktuell, jetzt, in diesem Moment, nein, es wird keine, ähm, bis zum Horizont Review, sondern es wird eine Meta-Analyse, ich habe, ich habe mich geradezu entschlossen, weil ich eben so viel schon verraten habe und zu spoilern, mache ich daraus eine Meta-Analyse, der Manga selbst und deswegen kann es jetzt auch kurz ein bisschen länger laufen, weil ich jetzt schon wieder denke, oh nein, das ist viel zu lange, aber wir machen das eine Meta-Analyse, auch wenn es nicht geplant war, aber, manchmal ist einfach Spontaneität einfach das Bessere, das Starke, das wirklich Zentrale, das, was für mich diese Serie ausmacht, ist, zu sehen, dass so viele Menschen sterben und ich hatte ein ganz, ganz schlechtes Gefühl, wenn ich sehe, wenn ich sehe, dass Menschen aufgrund eben dieses Spiels dazu getrieben werden, andere Menschen einfach schon fast massenmordartig zu töten, da ist mir teilweise schlecht geworden, weil ich genau so etwas gesehen habe in einem Film wie zum Beispiel Hotel Ruanda, Hotel Ruanda, da geht es in dem Sinne über den Völkermord in, was war es, Äthiopien damals? Ich bin gerade nicht mehr sicher, ich glaube, es war Äthiopien, oder? Nee, nicht Äthiopien, äh, Moment, genau, Ruanda natürlich, deswegen Hotel Ruanda, genau, im Land Ruanda, in Afrika, und da hat in dem Sinne die Welt und auch die, die UNO, die haben zugeschaut, was da passiert ist, es ist so eine heftige, es gibt so viele heftige Szenen in diesem Film und leider ist das aber einfach eine 1 zu 1 Umsetzung, wenn man so möchte, ganz drastisch gesagt, das ist die Realität, die wird da eben genau so gezeigt, da sind die Menschen eben mit dem Beil auf andere Menschen zugegangen und haben so lange mit dem Beil draufgehauen, bis einfach von dem Körper nichts mehr zu sehen war, und man muss sich dieser Realität und der Grausamkeit unserer Realität einfach stellen und wenn ich halt in einer fiktionalen, ja, ein Manga ist ja eben oft ein Großteil Fiktion, ein Manga ist ja letztendlich nichts anderes als eine asiatische oder in dem Fall japanische Comic, ähm, sowas wie ein, ein, ein japanisches Graphic Novel so ungefähr oder eine, eine Graphic Novel, ich finde halt immer, dass Comic hier oft irgendwie als viel zu lasch wahrgenommen wird. Ein Comic bzw. ein Graphic Novel ist ja nichts anderes als eine andere Form einer Geschichtsbeschreibung. Es wird eine Geschichte erzählt. Ob sie jetzt in dem Sinne gezeichnet wird oder ob sie geschrieben wird, ist ja egal. Es geht ja letztlich darum, man erzählt eine Geschichte. Und für mich ist es halt einfach so wichtig, dass ich über diese Meta-Analyse eben hier auch im Laufe, jetzt auch völlig ungeplant, aber nochmal einfach darauf ansprechen möchte, das nochmal besprechen möchte, nochmal, ja vielleicht sogar in gewisser Weise nochmal begutachten möchte. Die größte Message ist für mich einfach diese Meta-Analyse, würde es eben genau, oder sagt es hier für mich zumindest so, wenn man einfach über den Inhalt hinausdenkt, wie würdest du agieren? Wie würdest du handeln? Wie wichtig wäre dir dein eigenes Leben und vor allem, wie wichtig wäre dir das Leben deiner Freunde oder in dem Fall auch von völlig unbekannten Menschen? Es ist ja oft so, Homo homilupus est. Also das ist ja, nach Hobbes ist es ja in dem Sinne der Naturzustand des Menschen, nämlich dass der Mensch sich gegenseitig zerfleischt. Aber nur dadurch, dass man in dem Sinne in diesem Naturzustand eben, das ist hier politische Theorie, wenn man so möchte, aber das habt ihr bestimmt schon mal gehört. Es ist in dem Falle Teil des Menschen, dass der Mensch sich und andere wiederum immer wieder das Leben schwer macht und teilweise eben einfach auf brutale Art und Weise das Leben einfach vernichtet. Aber irgendwann braucht es ja einen Rahmen. Irgendwann braucht es ja sowas wie, und Hobbes spricht hier von den Leviataren, das, was wir als Staat in dem Sinne achten. Dass der Staat etwas ist, ein übergeordnetes Wesen, wenn man so möchte, eine übergeordnete Instanz, die die Menschen aber selbst in dem Sinne entwickelt haben, um sich selbst eben diese Grenzen zu setzen. Und wenn diese Menschen jetzt in diesem Manga oder eben in der Serie, wenn die eines schaffen wollen, wenn die nämlich diesem Naturzustand letztlich eben gemeinsam entgehen wollen, müssen sie auch in gewisser Weise eben gemeinsam etwas aufbauen. Ich habe hier davon gesprochen, dass dieser Beach für mich eben eine Problematik darstellt, nämlich eine Problematik, was das Pacing anbelangt. Aber der Beach ist für mich genau Ausdruck dieses. Leider haben aber die meisten der hier entscheidenden Persönlichkeiten aber nicht verstanden, was Beach bedeutet. Weil es leider, und das darf ich jetzt nicht erläutern, das darf ich nicht verraten, weil es darum geht, dass auch hier das eigentliche Credo nur ja pauschal eben gemeint war. Es war eigentlich eher eine ja es war nicht echt, sagen wir es mal so. Die eigentliche das eigentliche Ziel dahinter, die eigentliche Zielrichtung war etwas anderes. Und nun kommen wir zu einem ganz ganz wichtigen Aspekt und danach bin ich auch wirklich durch. Aber es ist mir ganz 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 wichtig. Und wenn die Menschen in diesem Beach, in dieser Organisation verstanden hätten, was sie für eine Chance besitzen, dann würde das Spiel diese Menschen letztlich nicht entzweien können. Aber weil die meisten nicht verstanden haben, dass ein Gemeinsames besser ist als jeder für sich, gehen sie genauso zugrunde, wie es in dem Sinne die Spielmacher, hier wird von den Game Mastern oder in dem Fall von den Spielleitern gesprochen, es sich ausgemalt haben. Das heißt, je zerstrittener, je unmenschlicher die Menschen sich hier gegenseitig gegenüberstehen, desto stärker ist der Impact auf diese Beteiligten. Und desto einfacher wird es für die Spielmacher, für die Spielleiter, eben ein Zerwürfnis hier eben hinzubekommen und damit einfach das Leben der Spielteilnehmer immer, immer brutaler, auf brutale Art und Weise immer, immer dramatischer letztlich eben aus den Fugen zu bringen. Der Beach hätte genau dies sein können. Sie hätten sich so eine Art Leviathan hier aufbauen können. Sie hätten gemeinsame Regeln aufstellen können und diese Regeln wären aber vor allem eins gewesen, nämlich wenn wir uns gemeinsam an diese Regeln halten, dann können wir gemeinsam hier in dem Sinn eher eine Lösung finden. Ja, letztlich geht es darum, dass du immer wieder mit dem Tod bestraft wirst, weil wenn du verlierst, bist du tot. Und wenn du dein Visum verlierst, das habe ich noch gar nicht angesprochen, du hast in dem Sinn eine begrenzte Anzahl an Tagen, die du zur Verfügung hast. Und wenn das eben auch vorbei ist, dein Visum, Borderland, also sprich der Gedanke, dass es sich hier um ein Land handelt und du kannst in dem Sinne halt dann eben Teil des Landes bleiben und wenn nicht, dann verlierst dein Visum. Auch das könnte man jetzt in Form einer Meta-Analyse aber auch das könnte man natürlich jetzt hier auch noch mal ganz klar eben auf unsere Welt eben auslegen nämlich in dem Fall ist zum Beispiel die Frage irgendwie haben es zum Beispiel Flüchtlinge verdient eben genau einen solchen Stellenwert zu bekommen in einem anderen Land in einem ihnen vielleicht sogar komplett fremden Land oder nehmen sie anderen nicht wiederum was weg das kann man hier eben alles sehr sehr kritisch sehen und auch in dieser lei Hinsicht würde die Serie beziehungsweise der Manga extrem für Sinn machen aber für mich ist das zentralste an der Serie einfach mal die Überlegung dass was würdest du machen um nicht nur ein Leben ein eigenes Leben zu besitzen sondern dein Leben auch wirklich zu führen mit anderen zusammen was ist Menschen Leben denn wirklich also was ist den Menschen den beteiligten Menschen oder generell was ist jedem einzelnen Menschen in unserer Welt egal ob parallel als alternative Ebene als alternative Erde oder Welt oder wie auch immer sondern so wie wir es hier empfinden so wie wir es in der Realität wahrnehmen wie viel würden wir letztlich eben hier erbringen wollen um den Stellenwert eben zu verstehen denn ein solches Spiel kann ja nur deswegen funktionieren weil die meisten der Teilnehmer nur im Leben bleiben wollen und dafür alles tun egal was ja also sie gehen über Leichen damit sie selbst nicht zur Leiche werden ganz plump ausgedrückt ganz plakativ aber wenn sie und das ist halt vor allem so wichtig das ist jetzt der letzte Aspekt aber wenn sie verstehen dass ihr eigenes Leben eigentlich hier eher untergeordnet in dem sie eine Rolle spielen sollte also wenn sie sowas haben wie ein Verständnis ein Mindset dieses Arisu erst späteren Verlauf aber vor allem dann dann glaube ich könnten diese Spielleiter weniger Horror darstellen als sich letztlich tun natürlich können die Beteiligten ja immer sterben und sie werden ja auch letztlich sterben wenn sie verlieren aber dieser Druck der Einsamkeit und das egal was ist ich muss andere Menschen vielleicht sogar auch töten um selbst am Leben zu bleiben das ist halt zu gering das ist zu wenig Leben bedeutet etwas was viele Lebewesen eben besitzen also auch Hunde Katzen können ja am Leben sein aber gerade im Hinblick auf die Menschen das was uns Menschen hier ausmacht ist eben genau dieses Zwischenmenschliche das sind die sozialen Aspekte das sind die emotionalen die empathischen Aspekte dass du dich Teil einer Gesellschaft fühlst auf kleiner Ebene auf großer Ebene auf familiärer Ebene auf freundschaftlicher Ebene oder eben auch auf regionaler Ebene auf staatlicher Ebene und vielleicht sogar auf globaler Ebene dass es darum geht dass man gemeinsam eben ein Leben führt und dass man eben nicht das eigene Leben das eigene Überleben hier im Zentrum sieht sondern eben letztlich immer das Kollektiv hier im Zentrum erachtet und das ist etwas was diese Serie mir so drastisch so plakativ aber auch so unglaublich zermürbend hat vermitteln können wie ich es nicht gedacht habe ich finde die Brutalität der Serie ergibt sich vor allem aus dieser Erkenntnis dass ein gemeinsames größere Chancen letztlich bedeuten würden oder würde dass hier die Menschen verstehen was es bedeutet am Leben zu sein und gemeinsam ein Leben zu führen uns das Leben zu teilen mit anderen Menschen zu teilen und nicht das Leben für dich selbst zu führen das ist etwas was ganz ganz wichtig ganz ganz zentral ist und was man glaube ich definitiv hier beachten sollte und auch wenn es eine zweite Staffel geben wird wird sich glaube ich an dieser Message nichts ändern natürlich geht es darum rauszufinden wer steckt dahinter und welche Ebene drüber in dem Sinn gibt es noch und warum Tokio und warum Borderland warum ein Land was genau ist das denn alles aber ich persönlich könnte damit leben wenn es keine zweite Staffel geben sollte denn die Message der Serie des Mangas die ist bei mir so knallhart angekommen es geht mir nicht darum die nächsten härteren Aufgaben die nächsten härteren Missionen zu erleben sondern mir geht es darum in dem Sinne darüber nachzudenken und auch empathische Art und Weise vielleicht sogar und mir vor Augen zu führen was würdest du tun um nicht am Leben zu bleiben sondern aus der Situation ein Leben zu gestalten mit den jenigen die ebenfalls involviert sind das was dann doch am Anfang noch gedacht ist ist eigentlich nur eine Kurzreview bis zum Horizont aber am Ende ist es dann doch eine Meta-Analyse geworden am Ende befinden wir uns dann doch jenseits des Horizonts weil diese Message die überstrahlt wenn man so möchte auch den Manga die Serie denn diese Message ist etwas was uns alle egal was für eine Hautfarbe egal was für eine Religiosität also eine Religion egal was für eine Lebensvorstellung jeder Einzelne besitzt aber das ist etwas was universell ist das betrifft jeden und kann jeden in seinen Grundfesten in dem Sinn erschüttern und diese Erkenntnis das ist etwas was mich so fertig gemacht hat und ob jetzt die Köpfe weggesprengt werden ob die erschossen werden ob die massakriert werden mit irgendeinem Messer oder wie auch immer das ist zum einen eben das Brutale an der Serie aber die Erkenntnis des der eigentlichen Message die ich hier versucht habe zu erläutern die ist es die aus einer ganz interessanten vielleicht sogar ja okay man kennt den Plot in dem so eine Serie eine starke Serie etwas macht was mich auch Tage danach von mir aus noch irgendwie dazu verleitet darüber nachzudenken denn in gewisser Weise und das ist jetzt ganz 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 Meta aber in gewisser Weise haben wir es doch auch in unserem Leben mit einem Spiel zu tun entweder du nimmst daran teil oder nicht du bist nicht sofort tot du wirst nicht ermordet oder wie auch immer aber eins ist doch ganz ganz zentral und das möchte ich hier definitiv ansprechen dass wenn du mal sagen wir mal den sozialen Abstieg erlebst dann kann sich das für dich genauso anfühlen wie für Arisu der eben ganz grausame Dinge erlebt wenn du dich selbst in dem Sinne vielleicht sogar eben auch nicht mehr einer Gemeinschaft zugehörig fühlst wenn du Vereinsamst oder eine Einsamkeit erlebst sowas erlebst wie eine Depression dass du denkst keiner kümmert sich um dich und keiner mag dich und keiner ist für dich da dann ist es auch in gewisser Weise ein Spiel das du nicht gewinnen kannst nämlich ein Spiel was mehr ist als am Leben zu bleiben nämlich dass du selbst ein Leben führen kannst mit anderen zusammen und wenn in gewisser Weise ich sag's immer wieder aber es ist mir ganz wichtig und wenn hier auch in dieser Serie in diesem Manga sich immer wieder Menschen auch selbst töten dann tun sie das ja nicht weil sie vielleicht sogar irgendwie einen solchen sozialen Abstieg erlebt haben denn in diesem Zusammenhang kann das ja für die gerade nicht der Fall sein sie machen es weil die Hoffnungslosigkeit alles überschattet und weil sie keinen Sinn mehr darin sehen weder für sich noch für andere am Leben zu bleiben macht es gut und ich hoffe ihr versteht warum ich diese Serie als so stark erachte abseits von dem eigentlichen Schauwert abseits vom Audiovisuellen abseits von dem eigentlichen den Dialogen dem Schauspiel und all den Aspekten die ich hier als Stärken angesprochen habe denn für mich ist das Credo die Quintessenz die Message die Haut die Hauptaussage die Ideologie von mir aus das was alles in dem sich in den Schatten stellt nämlich ein Leben führen ein Leben leben ist das komplett anders als am Leben zu bleiben egal wie egal was für Konsequenzen du letztlich für dich selbst und für andere eben ja erfahren musst macht es gut ich hoffe ihr habt diese Meta-Analyse genauso interessant gefunden wie ich ich habe gemerkt dass durch die Besprechung ich irgendwie immer mich noch mehr dieser Serie in dem Sinne zugehörig fühle von daher wäre es super interessant wenn ihr mir eure Meinung eure Gedanken und vor allem eure Gefühle schildern würdet habt ihr auch solche Momente erlebt habt ihr das auch so gespürt oder war es bei euch so ist eine Serie geht darum Menschen werden in dem Sinne an den Rand ihres Wahnsinns getrieben und sie machen einfach alles um am Leben zu bleiben komme was wolle oder musstet ihr eben auch mal schlucken musstet ihr auch mal ganz tief durchatmen weil es euch so traurig und emotional und so spannend und vielleicht sogar auch so fröhlich teilweise eben auch hereingezogen hat macht es gut bis zur nächsten Ausgabe hier auf Serienhorizont Tschüss Tschüss